Liebe Freunde, ich bin kein Experte der Bühnenmagie. Ich habe schon einige Bühnenauftritte in meinem Leben gehabt, vor allem immer so im gebuchten Rahmen, einige wenige Theaterauftritte gehabt, aber ich glaube, ich habe da noch sehr viel zu lernen. Gerade das Thema Bühnenpräsenz, wie steht man auf der Bühne, Gestik, Mime, Figur, ich arbeite dran. Auf meinem Kanal geht es ja häufig um die Methoden der Magie. Wie funktioniert der Trick? Welche Techniken muss man lernen? Welche Gimmicks kann man kaufen, um seine Magie auf das nächste Level zu bringen? Aber mindestens genauso wichtig wie die Methoden in der Magie, und das sage ich euch immer wieder, ist die Präsentation. Deswegen habe ich zwei Auftritte rausgesucht, wo ich auf der Bühne stand, wo ich selber von mir selbst sage, ich glaube, da lässt sich noch dran arbeiten. Und diese Auftritte schaue ich heute nicht alleine, sondern hier neben mir nimmt ein absoluter Experte in diesem Fachgebiet Platz, nämlich der Professor of Magic. Das bin dann wohl ich, Miles Pitwell. Miles Pitwell ist seit 20 Jahren Zauberkünstler und seit 10 Jahren professionell auf den Bühnen dieser Welt. Er besucht eine Schauspielschule, ist Experte im Bereich Manipulation, deswegen für viele deutsche Profi-Zauberer ein Ansprechpartner. Jetzt ist ein Profi darin, bis ins kleinste Detail die Bühnenpräsenz zu perfektionieren. Oh, die Fußspitze guckt mehr zur Seite, dreh sie doch weiter nach vorne und schon hast du ein ganz anderes Bild. Das ist Miles Pitwell und er kritisiert heute meine Bühnenpräsenz. Oh, ich habe Angst. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es gar nicht so sehr darum, jetzt auf Tricktechnik zu achten und auf Zaubertricks, sondern eher auf das Gesamtbild. Ich finde, man lernt immer besonders gut aus den Fehlern von anderen. Er kritisiert ja jetzt mich, sodass ich an mir arbeiten kann, aber vielleicht nehmt ihr euch daraus ja auch etwas mit für eure nächste mündliche Prüfung, für euer nächstes Referat, das ihr vor der Schulklasse halten müsst oder für euren nächsten Bühnenauftritt. Neueste Aufnahme, die ich habe von mir auf der Bühne, das ist Oktober 2000... Entschuldigung, weil ich hatte gerade ein bisschen Staub im Ohr und dann habe ich mich mal ein bisschen schlecht. Was hast du gesagt? Ich habe jetzt hier meinen neuesten Auftritt, den ich auf Kamera habe, aus Oktober 2020. Das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich auf einer Theaterbühne stand. Ich stehe seit drei Jahren fast schon nicht mehr auf der Theaterbühne. Ich möchte ja aber mit meiner Soloshow bald durchstarten. Das heißt, ich habe viel zu lernen. Jetzt siehst du besser? Ja, viel besser. Dankeschön. Okay, gut. Du schaust aber gar nicht durch die... Okay. Durchgemischtes Ding, hinter den Rücken werfen, lässig fangen und es ist gelöst. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es vor drei Jahren versucht und auch nach drei Jahren nach wie vor nicht geschafft. Und mische ihn schön ordentlich durch, dass ich keine Chance habe, dass wir drei... Willst du da kurz stoppen? Ja, selbstverständlich. Da sind links und rechts auf der Bühne sind ja die zwei Türme mit Zahlen. Genau. Und dahinter sind so zwei Tore. Sind die von dir? Nein, die sind vom Theater. Auf die hatte ich keinen Einfluss. Ah, okay. Aber unabhängig davon, was mir sofort auffällt, wovon ich abraten würde, keine Spider-Tische. Spider-Tische. Keine Spider-Produkte. Also wirklich Spider-Produkte sind super cool, weil die praktisch sind zum Reisen und so weiter. Schön leicht, stabil oder spielen groß, wenn du da diesen Vorhang hast. Aber für eine Show sehen sie zu billig aus, zu hässlich. Das kriegst du schöner hin. Okay. Mehr im Matti-Style. Ja, genau. Das ist jetzt kein Matti-Style, das stimmt. Dazu muss ich sagen, das war keine Solo-Show von mir, sondern das war eine Duo-Show. Ah. Und die Bühnen-Requisiten waren zum größten Teil nicht meine. ... vier Zügen mal eben schnell wieder zurückzusetzen, okay? Das war grün und orange ist mal das Problem. Das war so ein Sprung. Hast du das gemacht? Das war, genau, das ist nur, weil das aus einem YouTube-Vlog war. Das ist jetzt keine Uncut-Show. Ich habe leider kein Uncut-Material. Das ist alles, was ich habe leider. Ist doch okay, dann sind die langweiligen Stellen schon rausgeschnitten. Genau, richtig. Und so einfach ein Führerschein, das müsst ihr mal vorstellen. Ja, ja. Oben rot, unten grün. Mitte Gas. Jetzt labbe ich hier die ganze Zeit rein, ich verwirre mich selbst. Okay, ich glaube, ich habe es. Also das Schöne ist ja, wenn es nicht klappt, man macht einen Karten-Trick. Genau, wenn es nicht funktioniert, macht man einen Karten-Trick. Ja, okay. Ja, okay. Ihr dürft auch jederzeit die Tomaten rausholen, das ist kein Thema. Jennifer. Ich mache eins noch daneben. Das war jetzt der Trick an der Stelle. So, das ist der Effekt. Ich löse einen Rubik's Cube in ganz kurzer Zeit blind, werde aber ertappter bei Art, da könnte ja ein zweiter Würfel im Spiel sein, dann hole ich ihn raus und auch der ist gelöst und damit habe ich Doppelaugen zwinkern. Das ist jetzt erstmal magisch gesehen der Effekt. Und das leitet dann noch einen in einen anderen Trick, der viel größer spielt, aber davon habe ich keine Aufnahmen. Was ist dir denn jetzt an der Stelle aufgefallen in meiner Präsentation? Darf ich kurz sagen, was mir aufgefallen ist? Ja, gerne. Mir ist besonders aufgefallen, ich habe keinen Klimax daraus gemacht. Irgendwie, was ich präsentiere, ist von der Spannungskurve einfach ein toter Herzschlag. Genau. Das ist so, okay, ich löse den. Ah, er ist gelöst. Genau. Da ist noch ein Würfel. Der ist auch gelöst. So, das Ding ist, das funktioniert, wie ich es kenne von YouTube, dass ich nur in die Kamera, bam, weil ich weiß, im Videoschnitt nachher lege ich da fette Musik drunter und brr, weißt du? So, ich regele das dann im Nachhinein. Ja, ja, ja. Aber das funktioniert ja auf der Bühne nicht, weißt du? Okay, ich verstehe. So, das heißt, da ist mein YouTube Background in dem Fall so ein bisschen das Problem gewesen. Was ist dir sonst ins Auge gesprungen? Das ist ein guter Punkt. Ich habe neulich schon mal eine Rubik's Cube Routine gesehen. Also, by the way, ich halte nicht viel von Rubik's Cube Routinen, weil es einfach gerade so extrem der Boom ist. Ja. Aber auch nicht nur in der Zauberszene. Das heißt, die Leute wissen zwar ganz genau, was es ist, aber man weiß auch, dass man es lösen kann. Der hat eben auch erst mal gezeigt, wie er den tatsächlich löst und dann hat er ihn langsam immer schneller gelöst, aber es war halt immer ein Lösen und keine Magie. Es wäre jetzt krass gewesen, wenn du zum Beispiel in die Tüte rein wärst und wieder rausgekommen wärst und dann wäre er schon gelöst. Dann hättest du diesen Magiefaktor. Verstehe. Ja. Und der fehlte, glaube ich, noch ein bisschen. Oder total. Ich bin ja auch immer einer, der noch so ein bisschen Anspruch hegt für das ist ja jetzt echt eine Routine, wie man sie eins zu eins im Handel kauft. Ja, das stimmt. Klar, es gibt sehr viele Routinen durch diesen Hype heutzutage. Das heißt, du hast sehr viele Möglichkeiten, das Ganze in eine andere Richtung zu lenken, aber es ist immer eine gekaufte Routine. Hier noch einen kleinen, eigenen Twist mit einzubauen, finde ich, hebt ein Kunststück immer noch mal auf das nächste Level. Keine Ahnung, zum Beispiel, dass dann die Würfel verschwinden oder gibt es eigentlich auch schon, wie sie dann zu Smarties zerschattern. Genau, genau. Deswegen ist es so schwierig, weil dieses Thema schon so ausgelutscht ist, finde ich. Würde ich vielleicht auf ein anderes Thema ausweichen. Verstehe. Ich würde dann sogar noch kreativer weitergehen und vielleicht sagen, okay, mir gefällt aber das Würfel. Vielleicht wäre das für mich eher so ein Holzwürfel oder ein Würfel, wie man ihn sich vielleicht aus einem Film wie dem fünften Element vorstellen könnte, so ein Cyberpunk-Würfel. Und da sind verschiedene Symbole drauf. Ja, vielleicht auch Symbole von Außerirdischen, vielleicht vom Zukunftsmatti. Das sind dann keine Farben, sondern ein Code, der dann eingestellt wird und dadurch passiert vielleicht was. Der Zuschauer stellt auch den Code um und dann ist es derselbe Code. Die einzelnen Symbole vielleicht noch so leuchten, wie so ein Cyberpunk-Würfel oder so was. Verschiedene Farben, jede Seite eine andere Farbe und dadurch hebst du, gibst du dir langsam sogar schon ein Thema vor. Und jetzt fangen wir an, in eine kreative Richtung zu denken, in die wir eigentlich kommen wollen. Jetzt habe ich auch schon wieder so viele Ideen dafür. Ach Mann, ja, ich muss alles wieder auf den Kopf stellen. Darum geht es ja nicht, aber es geht darum, vielleicht übernimmt man ja nur die Idee einen anders gestylten Würfel. Ja, ja. Es bleibt Rubik's Cube, aber es ist kein Rubik's Cube. Ja, ja, verstehe, verstehe. Das ist jetzt natürlich Magie inhaltlich nochmal sehr viel. Ja. Hast du noch was zur Präsentation? Das ist jetzt eine von zwei Nummern, die wir uns heute angucken. Was ist dir zur Präsentation aufgefallen? Mir ist an mir selbst aufgefallen, dieses Hand in der Hosentasche, das sieht zwar ganz lässig aus, aber irgendwie, das finde ich nicht ganz so schön hier, diesen Anblick gerade. Was mir besonders aufgefallen ist, da haben wir neulich in einem Livestream darüber gesprochen, ich fände es gut, das auch fürs Video nochmal, weil das sind ja andere Zuschauer, dieses Thema unbewusste Schritte. Genau. Das hast du mir ganz krass bewusst gemacht im letzten Livestream. Ja. Ich habe hier ganz viele von diesen unbewussten Schritten. Ich mache mal ohne Ton. Wir hören gar nicht, was ich sage. Wir gucken nur, was ich mache. Hier siehst du das? Guck mal, da ist ein Schritt. Hier auch schon wieder. Weil ich mich das Gefühl habe, ich möchte locker auf der Bühne sein. Ich möchte nicht nervös wirken, sondern locker. Ich fühle mich hier wohl. Und das war auch der Tipp, der mir von allen Seiten gegeben wurde. Fühl dich einfach wohl. Du bist einfach der Matti wie vor der Kamera mit deinen Zuschauern. Fühl dich einfach wohl. Sei du selbst. Ist auch richtig so. Genau, aber da siehst du das, das ist so unkontrolliert, ne? Diese ganzen Schritte. Also das ist auch richtig so, weil du musst ja irgendwann irgendwo anfangen. Ja. Und du musst aber auf ganz viele Dinge achten. Deswegen bist du so überfordert. Und da ist es schon gut, am Anfang erstmal zu sagen, du geh erstmal auf die Bühne und mach erstmal. Genau, genau. Du bist jetzt aber schon so weit, dass du deine Tricks schon kannst, dass du schon auf dem Level bist, wo wir schon den Anspruch hegen können. Ich möchte jetzt auf das nächste Level gehen. Und da wäre jetzt der nächste Schritt wirklich mal auf die Schritte zu achten. Der nächste Schritt sozusagen, ne? Ja. Ich mach das hier auch ganz gerne nochmal kurz vor. Ja, bitte, bitte. Ich mach dir ein bisschen Platz. Sollte man auf der Bühne immer eine gewisse Grundspannung haben, also auch Marc Weide zum Beispiel, ne? Hi Marc, bis sie gehen raus. Oh, hi Marc. Oh, hi Marc. Der ist ja auch total privat, ja? Aber der nimmt eine gewisse Haltung ein. Also ich mach das mal vor, wenn ich jetzt als Miles einfach komme, dann ist das halt irgendwie so, ne? Dann ist man privat. Das ist das, was du letztendlich auch gemacht hast. Dabei passieren auch einfach diese willkürlichen Schritte, ne? Aber eigentlich sollte man mit einer gewissen Haltung auf die Bühne kommen und dann wirkt es schon mal gleich ganz anders. Ja. Klar, ich hab jetzt so meine Haltung gleich mal eingenommen, aber man kann ja auch hier einfach mal stehen und dann das Bewusstsein aufbauen, ich bewege meine Füße jetzt mal nicht und ich rede trotzdem meinen Text. Dadurch bekomme ich viel mehr Fokus und jetzt will ich aber trotzdem darüber, um was aufzunehmen und jetzt setze ich meine Schritte gezielt und nicht willkürlich. Ja. Jetzt hab ich aber einen Kritikpunkt, also eine Frage dazu. Jetzt sagst du ruhig stehen und mein Ding präsentieren, wenn ich nicht laufen muss. Ja. Aber wirkt das nicht zu statisch? Ist das jetzt nicht ein langweiliger Anblick, wenn ich nur stehe und so ins Publikum rede, ist das nicht stark? Das kommt aber ganz darauf an, wann du es machst und wie viel du es machst. Du musst ja immer eine gewisse Balance haben. Wir nehmen jetzt diese Situation hier. Ich hab ihn mir jetzt angeschaut. So, jetzt stehe ich ja auch fest. Jetzt stehst du, jetzt schunkelst du schon. Ja, ich schunkel so ein bisschen. Na, da kommt der erste Schritt. Du hast recht. Da kommt der zweite, der dritte, der vierte. Dadurch fehlt es an Präzision. Du hast recht. Warum wackele ich denn so? Stell dir mal vor, du behältst dieses private Bein, aber in diesem Moment machst du es gezielt. Und dann fümmelst du drin rum. Ah, ja. Zack. Ja. Und jetzt machst du wieder Schritte, dann ist es was anderes. Okay. Aber wenn du hier so die ganze Zeit machst, dann hat es was von Nervosität, Unruhe, Unsicherheit, Unsicherheit. Ganz genau. Und ihr müsst heute ja nicht statisch sein, ne? Sondern, aber was ja auch nicht sollte, ist, privat hat man oft so diese Haltung, den Buckel, kennt man heute auch viel vom Handy und so. Wenn ihr so auf die Bühne kommt, dann sieht das nach nichts aus. Nehm mal ein bisschen Haltung ein, ne? Es ist euch wichtig, also zeigt es auch, aber ihr müsst nicht steif sein. Also du müsst nicht steif sein. Sondern einfach halt, äh, verstehe. Bisschen, aber das ist schmerz. Sicher und fest, aber nicht steif und starr. Okay. Ja, genau. Dann habe ich jetzt einen relativ Uncut-Auftritt. Hier habe ich für Ingo Oschmann den Vorekt machen dürfen. Das habe ich schon mal gesehen. Mhm. Guck mal, und jetzt gucken wir einmal analytisch hin. Ich kann direkt vorweg sagen, nach dem Auftritt kam eine Person zu mir und meinte, ey, das hast du richtig toll gemacht, aber du fasst dir dauernd ins Gesicht. Das drückt aus, du bist unsicher. Stell dir vor, dein Gesicht wäre Säure beim nächsten Mal. Pack dir nicht dauernd ins Gesicht. Das Problem ist, ich habe mir das angewöhnt, das ist Teil meines Spielens, wenn ich sage, denk mal bitte an irgendeine Karte. Hast du einen Kopf? Aha. Dann bin ich in diesem, weißt du, das hier. Du hast, du hast eine, eine Karte im Kopf. Und dann fasse ich mir ins Gesicht. Okay, ich achte da jetzt auch mal drauf. Genau. Ja, das ist so an zwei, drei Stellen, da ist es mir dann auch aufgefallen im Nachhinein. Deswegen ist es toll, dass ich Videos davon habe. Das könnt ihr natürlich auch beherzigen. Nehmt euch mal auf bei sowas. Okay, ich komme jetzt auf die Bühne. Ich wollte gerade sagen, da ist wieder direkt dieses, diese Schritte vor und zurück. Hi, ich bin der Matthias und ich habe richtig, richtig gute Laune mitgebracht. Ich habe gehört, habt ihr auch gute Laune? Ja. Das ist gute Voraussetzung. Ich würde jetzt nämlich gerne mit euch etwas Mentalmagie ausprobieren. Okay, für alle, die das nicht kennen, Mentalmagie ist folgendes. Du hier vorne, liebe Dame, ich nehme die Hand hinter den Rücken. Magst du einmal eine Zahl zwischen 1 und 5? Du einmal die Hand im Gesicht, ja gut. Die Hand im Gesicht meinst du? Du einmal bis jetzt, ja, schauen wir mal weiter. 4. Gold, richtig. Das ist Mentalmagie. Okay, genau so. Oh nein, das ist ja feinlich. Nein, die sind begeistert. Ja, aber die sind doch bei so weit wie die Klatschen. Echt? Ja. Okay, dann machen wir das so. dann Dankeschön. Ich habe eine Vorhersage mitgebracht und die wird gleich super richtig werden. Okay? Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal, diese Vorhersage bezieht sich nämlich auf ein Kartenspiel. Und erstmal bräuchte ich jemanden, der zu mir nach vorne kommt und eine Karte auswählt. Und das machen wir alles Corona-Kontakt. Ich habe halt versucht, eine offene Haltung einzunehmen. Das ist ja auch okay. Ich habe versucht, immer hier zu sein. Aber es ist trotzdem sehr wackelig. Ich sage ja auch nicht, dass man wirklich total statisch sein soll. oder das ist ja auch gut, was er dann auch zu dir gesagt hat, sei einfach du selbst. Aber wenn ihr auf die Bühne geht oder du auf die Bühne gehst, dann geht ihr auf die Bühne. Dann müsst ihr eine gewisse Haltung einnehmen. Eine Grundhaltung, eine Grundspannung einfach. Das geht dann vielleicht manchmal so weit, dass es eine kleine Choreografie ist. Dass du sagst, okay, ich habe jetzt den Trick gemacht, ich gehe jetzt zum Tisch rüber und dafür habe ich meine drei Schritte. Aber die Schritte, die sind Hammer. Und die gehst du dann bewusst. Das passiert nicht so unterbewusst. Magst du alles mit nach vorne kommen? Da geht immer wieder die Hand hier so. Ja, und das ist das Nächste. Das, was ich jetzt auf die Schritte gesagt habe, das übertragen wir auf alles. Weil auch dein Körperschwank sehr viel. Guck mal, dieses Standbild. Genau. Es ist ja nie schön, wenn wir in so eine komische Haltung eingehen, solange wir nicht irgendwie ein Roboter sind oder sowas. Wenn wir es jetzt mal wirklich aufschreiben würden, das ist das nächste Step für dich. Präzision in der Bewegung. Präzision in der Bewegung. Simples Thema. Ich sage das immer wieder. Präzision in der Bewegung. Sei dir deiner Bewegungen bewusst. Egal, ob sie natürlich oder geführt sind. Mit einem dicken, fetten Applaus, selbstverständlich. Ja, wunderbar. Es war gerade zum Hochpunkt der Corona-Pandemie. Ja, genau. Und deswegen war wirklich auch wieder dieses, oh, immer schön auf Abstand. Und, oh, komm mir bloß nicht zu nah. Ich desinfiziere alles vorher und so. Und du darfst dich hier an meine Seite stellen. Wunderbar, machst du genau, wie ich erwähne. Dein Name? Malte. Malte, ich muss so ein bisschen, ist in Ordnung. Der Urologe. Genau, das war ja, das war Pflicht. Sehr gut. Stopp. Ja. Nächster Punkt, wieder das Bühnenbild. Ja gut, das war jetzt Ingos Show. Ich war nur der V-Act. Aber? Also gehört der, was ist das da in der Mitte? Gehört das zu dir? Das gehört zu Ingo. Das ist alles Ingos Zeug. Das ist alles Ingos Zeug. Ich habe nur ein Kartendeck in der Hosentasche gehabt. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, gut. Also wir müssen gleich aus einem Kartenspiel eine Karte auswählen, okay? Und wir machen das wirklich ganz, ganz vernünftig und anständig. Das, weil ich kann dir jetzt nicht das Deck einfach so in die Hand geben oder sonst was. Deswegen machen wir das jetzt süß. Okay, wir machen das nämlich so. Da ist er wieder. Links, drück. Und das, da, da sterbe ich gerade tausend Tode, weil ich mich hier aufgestellt habe, ihn dort neben mich gesteppt und dann realisiert, oh Gott, aber hier befindet sich das Desinfektionszeug. Ich will aber hier stehen. Ach so, wie Corona. Da muss ich hinter ihm herlaufen, Desinfektionsmittel wieder hinter ihm her und der Malte denkt sich nur so, hm, 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 oh. Und das sind dann aber so. Das sind diese Laufwege und so. Und jetzt musst du dich immer, das wäre der nächste Step quasi, das ist auch geführte Schritte. Präzision in der Bewegung. Du hättest diese Strecke jetzt auch selbstbewusst zurücklegen können, wenn du schon ein bisschen darin geübt gewesen wärst. Ja, aber ich bin jetzt einfach gehuscht, dass du merkst, wie ich gehuscht bin. Aber jetzt jemand ein bisschen zurück und dann lass uns doch mal anschauen, wie du rübergegangen bist. Ich bin so richtig gehuscht, so ganz, äh, Entschuldigung, ich will dich nicht stören, so, weißt du. Ja, klar, klar, das ist auch mal ein bisschen zu verhung. Ich hab hier natürlich Desinfektionsmittel mit, ja, wir machen das ganz vernünftig. Sag mal, ich hab mich ja jetzt berührt. Machen wir das einmal so. Da fehlt noch der Finger. Oh, das hab ich sogar rausgeschnitten, das ist aus einem YouTube-Video, weil mein Rückweg war noch schlimmer. Und der Malte hat sich 360 Grad im Kreis gedreht und da wusste ich, oh Gott, das, nein, 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 das ist zu peinlich. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt für dich immer, dein Stage-Management. Vielleicht wär's besser gewesen, wenn der Zuschauer auf deiner Seite gewesen wäre. Genau richtig, genau richtig, ja. Und das gehört für mich fast ein bisschen zur Präzision in der Bewegung dazu, verstehst du? Ja, ich verstehe voll und ganz, ja. Ja, das ist absolut richtig. Du musst ja den Finger auf eine Karte legen, ne? Was ist das? Das ist eine Daumenspitze, weil du legst jetzt deinen Finger auf eine Karte und deswegen... Sehr schön, magst du das einmal hier an dem Ende anfassen? Wunderbar, ich glaube, jetzt sind wir alle sicher, oder? Perfekt, Malte. Du wählst ihn jetzt... Da war's schon wieder. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt schon vier oder fünf Mal. Ich mach immer dieses, mag jemand von euch mit nach vorne zu mir kommen? Malte, du machst einmal bitte folgendes. Immer das, ich weiß nicht warum, das hab ich mir angewöhnt. Das mach ich unterbewusst, aber das ist meine Art zu spielen. Präzision in der Bewegung. Also es ist ja nichts Schlechtes, weil es ist eine Geste. Gestiken zu haben ist immer was Gutes. Man kann zu viele haben, Überflüssige haben, aber prinzipiell ist es nichts Schlechtes. Aber kratzt euch bitte nicht während der Bühne auf Dritter am Arsch. Das ist... nein, Spaß. Also die Angela Merkel, die macht ja glaube ich immer den hier. So kann man auch ein Markenzeichen setzen. Aber das ist dann eine geführte Aktion. Das stimmt. Und bei mir ist es dem nicht bewusst und das ist das Problem. Genau. Aus dem Kartenspiel, frei eine Karte aus. Ich zeig das einmal kurz dem Publikum, dass ihr das seht. Ich wusste, dass das laut ist. Der Nächste. Also schmeißt eure Utensilien bitte nicht auf der Bühne rum. Vor allem, das Allerschlimmste ist, ich bin der Voreck. Ingo Oschmann ist nach mir dran. Ich will ja meinen Müll da nicht liegen lassen. Das heißt, egal wann, hiermit habe ich die Entscheidung getroffen, irgendwann kommt der schreckliche Moment, dass ich während mir jemand klatscht oder wann auch immer mich bücken muss und die Sachen wieder aufheben muss. Das ist ganz schlimm. Sich auf der Bühne zu bücken, um Sachen aufzuheben, finde ich persönlich schrecklich. Ja, ich denke, dass das viel Schlimmere und Interessantere daran ist, das Publikum stellt sich genau dieselbe Frage. Und dadurch hat man wie so ein Fussel im Auge, so ein Störfaktor, der die Aufmerksamkeit immer wieder so ein bisschen auf einen zieht. Und sobald dann der Ingo jetzt quasi in die Nähe der Box kommen würde, fangen alle an sich zu fragen. Oh, sieht er sie jetzt? Was macht er? Tritt er drauf? Kiste sie weg? Ist die Box vielleicht sogar Teil von einem Trick? Und dann sind sie enttäuscht, wenn es das nicht ist. Und in dem Moment hat sie vielleicht nicht richtig aufgepasst. Also man hat so einen kleinen Konzentrationsstörfaktor. Das stimmt, das stimmt. Vor allem hättest du ja die Möglichkeit, es hier einfach kurz wegzustecken. Hätte ich machen können, aber wäre jetzt schicker gewesen. Ein gewöhnliches 52-Karten-Karten-Spiel mit unterschiedlichen Karten. Das könnt ihr ganz genau erkennen, glaube ich. Wunderbar, oder? Sieht gut aus? Sieht gut aus, oder? Parler-Size-Deck. Das ist Parler-Size und es besteht nur aus lauter Herz-Vierern. Das wird gleich für den Trick wichtig. Das zeigst du jetzt gerade schon. Das zeige ich dem Publikum, aber nicht dem Malte. Ich mache jetzt Dual-Reality. Du hast die freie Wahl. Du darfst jede Karte haben. Okay? Leg mal deinen Finger auf irgendeine Karte. Egal welche. Welche oder dir. Und jetzt, ganz wichtig, du darfst dich umentscheiden, wenn du möchtest. Du darfst auch bei der Karte bleiben. Lass dich nicht von mir beeinflussen. Was es für einen schönen Moment gibt, weil du mal still stehst. Ja, ne? Habe ich auch gerade gemerkt. Ich war gerade so, okay, das ist gar nicht so schlecht. Vor allem dann die kurzen Blicke zum Publikum mit dem Augen zwinkern. So, guck mal, ihr wisst Bescheid, was hier gerade passiert. Das ist dann schon witzig. Da ist eine gewisse Energie da. Ja. Gute Entscheidung. Die Karte hier? Perfekt. Pass auf, den Stab kannst du einfach hinter dich wegschmeißen. Das haben wir jetzt besprochen. Genauso. Niemand außer dir darf diese Karte sehen, okay? Schau sie dir an. Merk sie dir mit und vergiss sie auf gar keinen Fall. Ja, bitte nicht vergessen. Es wird sonst voll unangenehm für mich. Ja, krass, wir sind ein gutes Team. Ich glaube, wir kriegen das hin. Pass auf, Malte. So, weißt du, genau das meine ich. Was auch immer passiert, diese, das ist, guck mal, was ist das, ne? Ich, lass uns da nicht mehr drüber reden. Okay, aber das ist mal noch ein sehr interessanter Punkt. Probiert das mal aus, tatsächlich, falls ihr mal auf der Bühne etwas aufheben müsst. Ja. Weil da irgendwas liegt oder weil euch was runterfällt. Übt das. Ja. Wie bückt ihr euch? Ja. Und oft hat man vielleicht noch eine Ladung. Man sieht ganz häufig genau das Problem, das du gerade hattest. Ja, ja. Das Mikro kurz zur Seite, dass man dieses, dieses Verkrüppelte. Genau. Ne? Ja, ja. Wie würdet ihr das schick machen? Genau. Könnte man zum Beispiel machen, ne? Ja, macht man das tatsächlich auf Twitch oder so tatsächlich. Da gibt es mehr Subs. Okay, also das kannst du je nach Charakter anpassen. Das war aber ein sehr guter Kontrast, weil je nach Plattform oder Charakter kannst du das anpassen. Ich würde das jetzt nicht so machen. Gut. Aber ich kann mir das bei Marc Weide sehr gut vorstellen. Du konzentrierst dich auf die Karte hier ans Bette. Und du vergisst sie nicht. Und ich habe hier meine Vorhersage. Auf der Rückseite dieser Vorhersage habe ich ein Wort geschrieben, Alter. Hast du Ihnen eine Vorstellung, welches Wort das sein könnte? Nee. Ja, nah dran ist es. Nein. Mentalmagie. Wirklich? Ja. Okay. Da waren jetzt, ich habe glaube ich mitgezählt, so in etwa 69 Schritte. 69 kleine Tippelschritte waren da gerade. Und nicht nur die Schritte, auch die Bewegungen oben. Ja, es war so gezappelt. Genau. Pass auf, Malte. Das ist dann natürlich, dadurch wird es sehr privat. Was ja auch schön ist, weil man ja diese Nähe zum Publikum oft haben will. Dass man auch nahbar wird. Aber ich finde es ist eben auch manchmal ganz schön, ab und zu mal noch ein bisschen unnahbar zu sein. Ja, okay. Du vorstellst, dass hier vorne vor der Bühne ein Tier rumläuft mit vier Beinen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. An welches Tier denkst du da gerade? Kannst du. Aber weißt du, was mir auffällt? Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Sobald ich weiß, das ist gerade Teil meines Tricks. Nicht, ich spreche mit dem Publikum, ich bin der Matti, sondern ich bin der Matti, der Zauberer. Ja. Ab dem Moment wird es besser. Ja. Dann nehme ich die gute Haltung ein. Hier vorne ist ein Tier. Das war ein sehr geführtes, da vorne ist das Tier. Ja. Was glaubst du, das war gut. Das ist eigentlich gut, ja. Wenn dann aber der Gag passiert und ich wieder zum lustigen, verschmitzten Matti werde, dann ist es dann wieder dieses, ja, sorry, Metallmagie. So, weißt du? Das stimmt eigentlich. Irgendwie ist es schon so ein bisschen Mitte da, ja. Es ist so ein Kontrast so ein bisschen, weil ich glaube, es ist ein bisschen zu viel vom einen, ein bisschen zu wenig vom anderen. Ich glaube, ich muss nur ein bisschen verschieben noch, ne? Eine Katze. Leute, auch das habe ich richtig. Ist halt auch ein Thema, mit dem man sich nicht so viel beschäftigt, ne? Dann lässt man das so ein bisschen außer Acht und konzentriert sich erstmal wirklich nur auf den Trick. Und eigentlich geht es nur darum, dir da das Bewusstsein wieder aufzuwecken. So, mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Katze aus Tschernobyl. Ja, Mann. Dankeschön, danke, danke, danke. Was hat er gedacht, ne Katze? Ne Katze und ich habe halt einfach dieses Bild, was du gerade gesehen hast, gemalt. War auch für mich am ehesten ne Katze. Genau, das ist halt der Gag, dass egal welches vierbeinige Tier er sagt, er sagt, ah, das wusste ich, ist halt das entsprechende Tier aus Tschernobyl. Das hast du schon verstanden. Boomer, nicht blöd. Ja, okay. Und du siehst dort einen Artikel. Du greifst nach diesem Artikel und du nimmst ihn in die Hand. In dem Fall fand ich es jetzt wieder gerechtfertigt, das Gewicht zu verlagern, das ist dann auch wieder gut. Welchen Artikel hältst du in der Hand, Malte? Eine Dose. Eine Dose. Mit was da drin? Eine Maisdose. Eine Maisdose. Das ist absolut verrückt. Denn Malte, das ist der offizielle E-A-Endcode. Ja, das ist der E-A-Endcode. Dankeschön. Danke, danke. Dankeschön. Nächster Punkt, Timing. Ich finde es nicht schlecht, was du machst, ich finde es nicht schlecht, wie du es machst. Ich finde nur, es wird jetzt gerade ein bisschen zäh, knackiger machen, ein bisschen straffen, kürzen. Dafür sind die Gags nicht gut genug. Das stimmt, das stimmt. Also siehst du, es kommt noch einer. Ja, es kommt noch einer, der, das ist der unlustigste und der kommt jetzt vorm Finale, das ist sehr doof. Ja, weil es eine Wiederholung ist, sogar eine dreifache, würde ich das straffen, ein bisschen knackiger machen und dann hast du wie so ein Crescendo. Genau, genau. Höhepunkt. Lassen wir jetzt mal die Späßchen, okay? Du denkst an eine Karte. Ich möchte dir jetzt die wichtigste Frage für mich an diesem Abend stellen, und zwar, siehst du hier deine Karte? Ja, aber mäßig, das ist voll der Zufall, dass die da drauf gepumpt ist. Okay, ich merke schon, das zieht nicht so gut. Aber Malte, du denkst jetzt an eine Karte. Kannst du bitte auf drei laut deine Karte sein? Eins, zwei, drei. PIK 7. PIK 7? Ja. Das hilft gar kein Semit, bist du hundertprozentig sicher? Ja. Guck mal, da schmunzelt sie. Die lachen mich aus, weißt du das? Weil die genau wissen, dass ich eigentlich falsch liegen dürfte, oder? Ey, das trifft sich voll gut. Danke Malte für die Hilfe. Mega gut. Danke Malte. Gut, das ignorieren wir. Ich glaube, da war jetzt gerade nicht so viel Spannendes anzusprechen in der Präsentation. Mir wäre noch wichtig, Max, einmal bitte gucken, wie ich meinen Applaus entgegennehme und Dankeschön sage und mich verneige. Danke, danke, danke. Hör den Applaus. Jetzt kommt natürlich dieses unangenehme Einsammeln von allem, was ich auf die Bühne geschmissen habe. Kreuz und Schmierer. Guck mal, guck mal, da liegt was. Da, da, da. Da, dafür, dass er nichts gemacht hat, hat er da ganz schön Sauerei gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick gekriegt. Das ist Mentalmagie. So und nicht anders. Genauso macht man das. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr wirklich über die Witze gelacht habt. Das hat mich überrascht. Aber ich denke mal, wir werden alle heute Abend sehr viel zu lachen haben. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und jetzt ganz viel Spaß mit Ingo. Danke, 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 danke schön. Hallo. Ja. Das ist ein guter Punkt mit der Verbeugung. Kommt da noch mal was? Wollen wir gucken einmal? Ne. Okay, ich bin weg. Okay, gut. Also Verbeugung ist eigentlich genau das gleiche Thema wie mit dem Sachen aufheben. Übt das, eine Schrittchoreografie und einen Arm- und überhaupt Körperchoreografie parat zu legen. Weil, wie gesagt, jede Bewegung sieht anders aus, als sie sich anders anfühlt. Könnte es da noch mehr rausholen, auch vom Publikum. Also das machen viele. Die sind dann einfach sehr privat und lösen auch nach der Manipulationsnummer, lösen dann die Spannung auf und dann sind sie plötzlich privat. Ja. Also Konfetti, Licht geht aus, Licht geht wieder an und dann sind sie plötzlich privat. Dann machen sie solche Sachen. Dankeschön. Genau, wäre hundertprozentig an der Stelle. Und da kann man, muss man jetzt nicht auch unbedingt machen, aber es wäre vielleicht schon ganz nett nach vorne zu kommen und dann nochmal noch ein privates Winken und dann geführt abgehen oder sowas. Verstehe. Und wenn man dann nochmal auf die Bühne kommt, dann gibt es auch dieses klassische Rennen. Also dieses, ja, aber auch das sind geführte Bewegungen. Probiere mal in dieses Aufheben und deine Schlusspose ein paar verschiedene neue Bewegungen zu entdecken, forschen und das wäre erstmal der nächste Schritt. Okay, das ist die Hausaufgabe, ja? Habe ich aufgeschrieben in mein Hausaufgabenheft. Ja, das gilt auch für euch, ne? Yes. Aufschreiben, Hausaufgabenheft. Weißt du, das waren jetzt schon super viele wertvolle Tipps. Vielen Dank dafür. Bis dahin an der Stelle. Danke, dass du meine Tipps als wertvoll empfindest. Absolut. Du hast auch noch andere super wertvolle Tipps gegeben zum Thema Schauspiel und da haben wir richtig krass philosophiert schon. Dazu müsst ihr einfach hier klicken. Da sind ganz viele wichtige Punkte, was das Thema Schauspiel angeht. Schaut euch das auf jeden Fall an, Mais. Dankeschön. Falls ihr euch tatsächlich noch ein bisschen mehr mit dieser Materie auseinandersetzen wollt, dann empfehle ich meinen Schauspielkurs. Wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, dann kommt ihr nicht drum herum. Kauft meinen Scheiß. Tschüss, euer Professor. Danke, Matti, dass ich da sein durfte. Und Matti.